Hallo Leute, ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal ein bisschen TFT im Gameplay, because mir ist ein bisschen langweilig, wegen der ganzen Quarantäne Scheiße. Und muss ich mir überlegen, was will ich denn? Ich könnte noch ein IE nehmen. Ich glaube, Head of Justice. Ja, ich habe ziemlich viel Zeit durch die ganze Stay-at-home Sache. Und deswegen... macht mir viel Damage. Luschen. Okay, dann gebe ich jetzt Luschen. Ja, deswegen dachte ich mir, könnte ich mal wieder ein bisschen meinen Kanal reaktivieren. Und ja, und mal gucken. Wieso habe ich den... Ah, ich habe den Blademaster. Ja, so machen wir. Ah, nee, Krono. Der hat einen Krono. Ach genau, der, äh, der Wukong. Hm, jetzt sehe ich ihn. Oh mein Gott, der Jinn. Oh, der wird richtig eklig. Ich hoffe, meine Kale schafft das. Also, ich habe halt eine richtig dumme, äh, starke Kale dieses Game bekommen. Ah, Scheiße. Alter, der Jinn ist so ätzend. Da muss ich auf jeden Fall meine Kaiser besser positionieren. Wenn ich gegen den schon verliere, großen, ja. Okay, er hat eine 4er Winningstreak. Hm. Das mache ich auf jeden Fall so erstmal. Hm, den könnte ich nur tauschen für die Irelia. Ich könnte auch auf Level 8 gehen. Oder den... Na, ich würde den eigentlich gerne drin behalten. Oder? Ich könnte auch 5er Cybernetic gehen, aber dann wird mein Krono weg und mein Vanguard Buff. Ähm. Ich glaube, wir warten erst mal. Ich kann die Jinx an sich nochmal verkaufen. Mir fehlt ja... Ah, genau, mir fehlen noch zwei Weiß. Ah, ne, der hat den Echo, den ich haben will. Oh, der hat meine Kale ist einfach down. Ich habe gar nicht gesehen, wie die gestorben ist. Ah, okay. Interessant. Hm, war alles so schwierig. Kaum reich die Aufnahme an, Digga. Erstmal 3er Losingstreak. Ja, moin. Aber es ist natürlich völlig fein, ähm, zwischendurch mal zu verlieren. Hm. Morello. Das gebe ich, glaube ich, am besten dem Wukong. Ich krieg halt 11 Gold. Das ist trotzdem ganz nice. Auch wenn ich verliere. Ah. Gehe ein bisschen... Okay, das war's mit meiner Kehl. So, komm. Äh. Okay. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt hoch. Ich will auf jeden Fall die Irelia jetzt langsam mal drin haben. Hm, mir fehlt halt der Echo. Leider Starship. Okay. Dann rolle ich einfach runter. Ja, da ist jetzt nichts interessantes, glaube ich. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, falls ich irgendwas übersehen haben sollte. Ach, ne. Diese Eier. Die sieht schon richtig eklig aus. Äh. Mal gucken. Hier sieht ganz gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Oder? Ja, eigentlich müsste ich dem sehr viel Damage hinzufügen. Oha. Das war viel Damage. Ich glaube nicht so. Ich probier's mal aus. Eine Runde, ne? Was machen wir? Eine Lantern, ne? Das ist Lantern im Self. Units. Bonus Mana. Aber kein Schild. Macht er ein Schild? Mana Bonus. Units pulled. Ich hab halt den noch nie gespielt. Deswegen hab ich da jetzt nicht so den Plan. Ach, ne. Ich hab wieder nicht drauf geachtet, dass mein... Oh nein. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Äh. Aua. Aua. Alter, der Jhin ist so ätzend. Hat doch so dumme Damage. 580. Holy shit. Ich glaub ich roll noch mal ein bisschen. Oh mein Gott, ich hab die Wei... Nein, ich bin so ein Spasti. No. Äh. Ich hab die Wei einfach weggerollt. Ich glaub ich lock das erstmal. Damit ich mir die nächste Kale noch mal holen kann. Ach nein. Nein, mein Kale ist aber instant down. Scheiße. Der ist so ätzend. Oh, das könnte ich gewinnen. Na, das sieht gut aus. Nice. Weg mit dem. Perfekt. Ich will jetzt nach dem 1v1. Aesthetics... Hab ich irgendwas gesehen? Nö, ich glaub ich gebe einfach GA. Ich könnte auch das gehen. Aber ich glaub ich gebe dem Lucian einfach das GA. Okay, muss ich mal gucken. Der hat ja einen Blitzcrank. Also ich muss auf jeden Fall die um positionieren. Die Kale, die ist super wichtig. Mal gucken, ob es was gebracht hat. Sieht schon mal ganz gut aus. Kale steht ein bisschen zu weit vorne, aber es scheint fein zu sein. Holy shit. Das ist toxic. Oh lol. Holy shit. Okay. So wen, den wollte ich rausnehmen. Ich nehme dich noch raus. Dann nehme ich dich raus. So. So. Bisschen näher zusammenrücken. Ich pulle ich so. Hier gibt mir noch eine Träne. Okay, mal gucken. Okay. Komm, Echo-Ulte. Echo-Ult, bitte. Nice. Let's go. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Nice. Puh. Ich bekomme Rapid Fire. Okay, Digga. Let's go. Valkyrie. Verkauf dir mal. Ich habe gehofft, dass ich noch den Dings bekomme. Oh shit. Ja, darüber endlich nachdenken. Wir sollen shit. Ich hatte überlegt, ähm, ich hatte überlegt, ähm, ich setze mich schnell da. Einfach für ein Echo zu rollen. Bei Echo 2 ist ja, ich habe wieder die Weife rollt. Eieiei. Okay. Äh, okay, ja, ich glaube, mache ich so. Hm. Wann gebe ich denn am besten? Kann ich, ihm kann ich das ja nicht geben. Ah, fuck. Er hat den Jhin in letzter Sekunde noch umgestellt. Das wird wahrscheinlich für ihn den Sieg bedeuten. Super gut, dass der Echo seine Ult noch rausbekommen hat. Nice. So habe ich. Let's fucking go. Easy as fuck dieses Game. Wuhu. Ja, Leute, also. Ich will nicht sagen, dass ich ein bisschen geist schmerft habe. Aber doch schon. Das hat ja richtig viel Spaß gemacht. So, mal gucken. Ob mein Kleind auch da ist. Ah, ja. Gut. Alter, das hat ihr übel Bock gemacht. Holy shit. Na gut, Leute. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ähm, falls ihr mehr solche Videos sehen wollt. Könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ähm. Und ja. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.